So, hoi Leute, hier bin ich wieder zu einem erneuten Commentary und dieses Mal spiele ich auf meiner Hass-Map Derail. Diese Map kann ich gar nicht ab, besonders das Haus in der Mitte. Ich mag's einfach nicht, also da campen immer die meisten Gegner rum. Und ihr werdet an dem Video sehen, dass das ein sehr kurzes Video ist. Es ist eine sehr kurze Atombombe. Und, ähm, ja, das Thema, was ich ansprechen wollte, das spreche ich jetzt auch an, weil ich wenig Zeit habe, ist, ähm, sollte man sich Hoffnung auf ein faires, neues Call of Duty machen? Meine Meinung nach nicht und diese Meinung kann ich auch begründen. Und zwar, ihr seht, welche Leute ich hier alles kille. Hier, schaut euch das an. Ich meine, denkt ihr, Leute, denkt ihr, diese Leute kaufen sich das Spiel, wenn sie diese unfaire Mittel nicht haben. Und, ähm, diese Leute, es sind halt leider 80% der ganzen Spieler. Ähm, ich sag nicht, dass es euch betrifft, doch die meisten schauen auch gar keine YouTube-Videos und, äh, wissen auch gar nicht, dass es nubig ist. Ähm, doch, die brauchen halt diese Sachen und, solange es über 50% des Spielers ohne diese unfairen Mittel nicht aushält, werden die Entwickler die Mittel immer weiter, äh, ja, mit in dieses Spiel einbringen. Da könnt ihr euch, äh, auf die Versprechung nicht verlassen. Ähm, ich gebe euch nur einen Tipp, ähm, damit ihr nicht enttäuscht werdet, bitte glaubt nicht an ein, äh, super cooles, neues Call of Duty-Team. Es könnte sein, dass, äh, irgendein Zufall auf irgendein Zufall passiert, aber bitte verlasst euch nicht drauf, denn, ähm, ja, je mehr man sich drauf verlässt, desto mehr wird man enttäuscht zum Schluss und desto saurer wird man, ähm, und es, es hat einfach keinen Sinn. Ich hab schon die Hoffnung auf ein gutes Call of Duty-Side Black Ops aufgegeben. Ich weiß nicht, was als nächstes rauskommen wird, Black Ops 2 oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall, ich lass es auch mal einfach auf mich zukommen, werde es mir trotzdem wahrscheinlich holen. Ähm, ja, die ganzen Aufreger bringen gar nichts, weil, die, das interessiert die Entwickler nicht, die wollen einfach nur das Geld machen und so bekommen sie es halt. Und, schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare und das Video ist leider vorbei, tut mir leid, dass es nur so kurz war, doch dieses Gameplay war halt nur so kurz. Und, bitte, gebt einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat, denn ich hab im letzten Video gesehen, dass die ganzen Daumen nach oben mir ziemlich weitergeholfen haben. Außerdem sieht man nicht immer so eine kurze Nuke auf der Rail. Ansonsten könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr mehr von mir sehen wollt und schaut gelegentlich auf meinem Facebook vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao!